Das ist die Cricut Hat Press. Eine Heizpresse, mit der du Caps und Hüte gestalten kannst. Und das ganz einfach. Verwende die mitgelieferte Füllform, damit die Oberfläche des Objekts glatt und fest ist. Lege dann dein Motiv aus Iron-On oder Infusible Ink auf. Öffne die Cricut Heat App, um die idealen Zeit- und Temperatureinstellungen an deine Hat Press zu schicken. Die gebogene Heizplatte erwärmt die Oberfläche gleichmäßig, damit dein Motiv perfekt übertragen wird. Und wenn die Hat Press fertig ist, gibt sie dir Bescheid. Die Sicherheitsablage schützt deine Flächen vor Hitze. Und die Hat Press schaltet sich sogar von selbst ab. Na dann, zeig uns, was du drauf hast. Man kann nie genug Hüte haben. Mehr Möglichkeiten für kreative Köpfe. Mehr Möglichkeiten für kreative Köpfe. Mehr Möglichkeiten für kreative Köpfe. kehr